Hey, Fan. Oh mein Gott. Wenn Taylor ihre Stimme zum AB bringt, bringt das mein Herz zum Schmelzen. Ach du, das ist Taylor Swift, ne? Ah ja, ich hör alles. Gucken wir mal, was mir ein Ninja-Keks macht. Wenn der keinen Heiler macht, dann wird sich das machen. Scheiß auf Heiler, Alter. Na, okay. Scheiß auf Heiler, wer brauchst du was? Spiel, was du willst, Mann. Ne, jetzt fucking Kickplay, wollte ich sagen. Ich kann noch gar nichts in die Art zu spielen. Overwatch neu aufziehen. Weg los. Ich hab noch keinen, du Arsch. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Denkt nur an den Ziel. Laser Light Show, Leute. Ja, eigentlich müsste man hier so fünf Stück drauf, sechs Stück drauf machen. Wirst du nicht da hinten dran stehen und das reoperieren? Nein. Eins. Angreifer nähern sich. Da kommt keiner. Ach, ne, wieder oben. Ach, scheiße. Pack die Kommale von hinten. Das hatte ich mir irgendwie schon gedacht, dass das passiert. Mh. Mein Troll ist kaputt. Tja, da hat niemand hier irgendwelche Leute gegrillt, muss ich wahrscheinlich wieder Mac-Mac-Gay spielen. Ich hab auch jemanden getötet. Holy. Oder schon. Einen hab ich schon getötet. We know. The best people in life are free. Boah, ich seh nix, weil die Sonne so blendet. Haller Winston, hör auf du, Missgeburt. No, das war's. Ich bin von der Map geflogen. Scheiß Affe, alter. Boah, diese Widow geht mir auf den Keksen. Das hätte so cool werden können. Ja. Guck mal, sag mal. Ich bin von der Seite. Wann muss ich das? Ich bin von der Seite. Ich bin von der Seite. Schnappt euch die Rüstungen! Kein Begriff. Ich bin von der Seite. Jetzt bin ich von der Seite. Feieres Willen! Ha, der hat aufs Maul geschickt. Nein! Oh, fuck! Da hinten sitzt er rum, die blöde Kuh, genau. Ich hatte überhaupt keinen Dings mehr. Ach, scheiße. Goddammit. Da sieht mich jemand. Wow, Mann, Alter. Hm. Doppelkill! Ich hab so beide getötet! Ah, wie geil! Ja, supergeil, Carlo. Hä, warum nicht auf dieses Teil? Das ist viel geiler, wenn man... ...diese Stück Scheiße. Ja, mach ich jetzt dann. Ey, seid ihr auch belieber? Was sind wir? Ob ihr belieber seid. Niemand ist ein Belieber. Bieber-Fan. Mhm. Double-Kill. Dankeschön. ...jemand hier, Amor-Pack. Oh, Schütze! Oh, 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 oh. Du, 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 du. Set my heart on fire. Hm, was? Bahre Hümer. Ha! Ha! Oh. Fuck. Gesundheit. 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 Beta-Keks getötet. Aha. Ey, da ist ein Reinhard. Ihr hart hart. Oh. 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 Man fährt das nicht weiter. Weil das der, der Punkt ist, wo es, äh, wo es, äh, eingerastet ist. Ach so. Ich kann ja gar keinen Kill-Spieg mehr machen hier. Ja. Ernsthaft! Du Scheiß-Wetter-Keks. Du, ich, ich sag's dir. Tot isse. Tot, 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 tot. Das ist schön. Hm. Noch was ganz nah. Stür. 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 Molten Kooooooooooooooooooo. Zehn Sekunden. Halt es! Dein Aslochspieler. Wut, 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 wut! Wut, wut! Wohoo! Alter, wirklich, Api? Scheib-Skinner, fuck, ey. Was ist das für ein Peer of the Game, Alter? Das war das Bad. Oh. Dafür haben die aber viele trotzdem noch ein Dingens gegeben, dafür, dass sie easy-peasy geschrieben haben. Anus. Left me in pisses. Ich stelle neu, ich bin eigentlich voller Penner, ich trickere irgendwelche Leute. Aber ich meine, ich meinte es doch nicht mehr ernst, dass das easy war. Ja, klar, das wissen wir, wir kennen dich doch. Oh, Baba. Angriff. Troll macht zu viel Spaß. Und einfach mal, sei mal Mai und troll so. Wo habe ich diesen Bastion-Skin her? Das ist so ein Skin. Skin hast du denn? Gar keine, glaube ich. Warum gehst du ein Attack als Bastion? Weil er, weil er, weil er Trollen will. Also Trollen soll eher Mai spielen. Hehehehe. He wants to troll. Who fucking cares? Es lohnt sich für unsere Welt zu kämpen. He will make it. Yes. Bastion, du würdest einen perfekten wissenschaftlichen Assistenten abnehmen. Hehehehe. Piep-piep-piep. Piep-piep. Hallo zusammen. Hi Leute. Ja. Okay. Warum wär's denn? Er möchte trollen. Okay. ist da jemand direkt schon vor der tür ich glaube da war jemand hier ist mir egal ich baller jeden weg hier also das ist ein ding der einhard muss halt jetzt ein schütz schmeißen ich sehe nix ich klicke den dauner das low man das low ist fuck ich geh ja auch gott wir haben auch eine bastion da rumstehen torbjörn macht nix ich bin der bessere rieber, hanzo und eine anna haben sie das geschützte ist down ja da war noch eine bastion in der ecke down heiße was nicht da und damit noch einen püppel gehabt ein ganz kleines püppelchen ich bin fast down wir haben leider kein heal obwohl wir haben doch ich habe ich war tot was ist das heal doch mal ach ich bin der bash ich kann mich selber heal was ich kann mich ja selber reparieren ja also ich bin bitter ich habe zwei kills und bin gold uah 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 watch out for this turret oh yes natürlich hat der smolten pull line down really ja dankeschön ja dankeschön geht dann nach dem nach der runde muss ich arzeroth beschützen vor der legion jetzt gibt es eine abkühlung es wird Zeit nein da war der bastion in der ecke könnte sich da mal jemand um den kümmern oh gott oh gott oh gott ja ich kümmer mich darum oh mein gott er hat auch urteile gemacht und ich bin gestorben weil er mehr leben hatte ja 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 dann muss ich wohl jetzt den anderen hero spielen bashen's down weißt du unser maid ist einfach scheiße danke nein scheiße doch ich weiß ich hab ein bisschen besser spielen ich bin einmal genji dann geht es wieder ab ich spiele einmal junkie da ist wieder alles in ordnung naja mann oder schuldig nein Nein! Goddammit. Wagatama-Shi. Ich würde eher sagen Wagatama. Ich glaube, Tama heißt Kugel und das könnte ja auch mit einem Eier besetzt werden. So meint er mit meinen Hoden Sack. Die haben schon wieder ihre Scheiß-Terate dran gemacht. Da oben ist ein Bastion. Dammit, ich war's on fire. Das geht nie ab, Alter. Party. Bei mir geht echt Partier. Bei mir geht echt Partier. Es sind vier Leute im Divide und ich bin tot. Nein! Dammit! Ich wollte ihn niederpunchen. Bash ist dummig scheiße. team vivo team ja klar wir sind noch da aber nur nicht da wo du bist ja dieser dieser games hast du nicht gesehen dass ich schon darüber aufgeregt hat dass du als bestem mitspielst hey ja das ist auch so retarded was ich gemacht habe ist ja vollkommen klar dass ich auch also wer wer attack spielt wenn der payload noch nicht mal da ist im feld hat er schon vollkommen recht wie sind die bisschen kleiner geworden von hand hat er gerade mein auto attack deflected das geht doch gar nicht doch es kann nein 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 ich habe ich habe auto attack gedrückt nicht nicht mein schuss habe ihn mit meinem schwert in die fresse geschlagen und die fleckte er hat auf jeden fall kein damage bekommen davon nein wie konnten hat er ging aber schnell drauf aber kein leben kommt zur payload nein der dracoame Ich werde Geld werden! Ich schaffte die Leute und die Gels! Komm hier her, ich bin tot! ich bin zu laut Nein, Bauer, lass mir das! Du bist so ein Arsch, doch! Ich hab sieben Leben! Schaffste! Ich rette dich! Und töte sie! Ja... Dankeschön! Oder auch nicht, sie lebt immer noch Oh, we could be heroes! Huh? We could be heroes! Wir suchen jemanden! Warum? Hallo, die war useless! In der Ultima, I used this! Hoff Ding! Yeaaahhhhhh!! Limonaden-Power Ja, Limonaden-Power Yeah, we did it Yeah Bam Highlight des Spiels Natürlich, Abi Das ist der Hälfte des Spiels, hat er alles besser und dann La 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 Oh, das war echt bad Das war nicht mal gut, alter Nee Also Easy peasy Naja, das war das letzte Game für mich Okay And then he died to me Find ich echt